Juhu! Hallo! Wer bist denn Tom? Ich bin die Cherry und du? Ich bin der Tom. Tom und Jerry, ja! So, hi, grüß dich! Also, wer ist sicher? Bei dir? Danke! Du bist etwas fasziniert, oder? Ich bin ein bisschen schockiert, hat er gesagt, weil du echt so richtig... Also, wir müssen uns mal über dein Training unterhalten. Ja, das machen wir. Sehr gerne. Also, du kommst aus? Aus Köln. Ich bin Lachfletsch und mach... Ich geb mir Mühe Comedy. Mal mehr, mal wie. Ich bin jetzt nett und sag jetzt nicht, erzähl mir einen Witz, weil das brauchen wir nicht. Nee, brauchen wir auf gar keinen Fall. Eben. Ich hab dich ja da. Aber ganz ehrlich, was machst du? Das musst du mich nur fragen. Ja, Travestie, Künstlerin oder Künstler oder wie soll ich es so sagen? Ja, Parttime. Na, ich bin Musicaldarsteller. Welches Musical? Ah, das nächste wird wieder Dschungelbuch. Wow. Ich bin natürlich der Mori. Okay. Ist doch klar. Und ich komm aus Bochum, also wir können uns mal treffen. Oh, Jek. Ja, das ist ja auch fantastisch. Und nachher treffen wir uns auf der Achterbahn, oder? Auf gar keinen Fall. Ich auf die Achterbahn. Im Leventil. Im Leventil. Im Leventil. Nein, niemals. So, und jetzt genieß dein Tag und schnapp dir die Leute. Mach ich. Bis später. Bis später. Aber hallo. Gerne. Ciao, ciao. Ja, ja. Hau mir auf den Arsch. Danke. Das will ich gleich auch machen. Hi. Hi, ich bin der Joshua. Ich bin Sherry. Sherry. Ja. Schöner Name. Dankeschön. Woher kommst denn du? Ich komm aus Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach. Kennt keiner. Doch, das ist doch ein Kurort, oder nicht? Ja, genau. Ja, da war ich schon mal zum Schönwerden. Hat geklappt. Das wollte ich gerade sagen. Das ist mir super. So, was machst denn du? Ich bin Musiker und Instagramer. Dann komm ich doch mal auf deinem Instagram vorbei. Dann können wir zusammen chillen. Auf jeden Fall machen. Komm nach Kreuznach. Na, mach ich. Und du? Genießt heute die Achterbahn? Achterbahn noch ein bisschen. Hoffen wir mal, dass das Wetter so hält. Das hält? Meinst du? Es wird noch besser. Bei deinem Aussehen muss das so bleiben. Ich lau einfach immer vor dir, dann wird alles gut. Dann strahlt die Sonne und es ist alles super. Genauso machen wir das. Genieß dein Tag. Schnapp dir deine Fans. Und ich komm nachher aufm Foto vorbei. Auf jeden Fall. Darf ich auch? Jaja, du darfst auch. Ei, ei, ei. Alter, jaja, rufe! Das machen, ich macheревme auf Days 1. Verde die Fotos. Israel, ansonsten. Farme, nordlust. Run. 이�au.